Hey Leute, heute kommt mal wieder ein Terra-Update, es hat sich sehr viel verändert und ja, fangen wir mal an. Also meine Philokrania Paradoxa ist jetzt adult. Ja. Dann haben sich noch einige ETs gehäutert, wie man hier sehen kann. Okay, Moment. Ja, hier. Und hier. In dem großen Terra sitzt auch noch ein paar ETs drin. Sitzen auch noch welche drin, dann sind noch ein paar Karausius-Adult geworden und so ein Gaia sind auch wieder geschlüpft. Meine Spinne wird sich bald wieder häuten. Die hat schon ein dunkles Abdomen. Und ja, der Skopion, der... Ja, bei dem hat sich nichts verändert. Und die Gastrika hat sich einmal gehäutet. Und in der großen Box, wo auch noch ETs drin sind, ähm, haben sich auch einige gehäutet. Und ich hab hier jetzt wieder Flechten rein. In der Hoffnung, dass da auch ein paar, ähm, ja, die Form annehmen. Meine Schnecke ist ein bisschen gewachsen und... Ja. Das war's schon vom Terra Update, ähm... Natürlich kurz, aber... Naja, es kommt ein nächstes neues. Oder ein anderes Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.